Die Mainstream-Geschichte versichert uns, dass die Staaten, Länder oder Reiche innerhalb der menschlichen Gesellschaft natürlich erschienen sind und dies ein Zeichen ihrer besonderen Raffinesse und ihrer hohen Entwicklung war. Jedoch die antike vedische Literatur zeigt uns ein ganz anderes Bild. Von den Veden lernen wir über die Zeiten, in denen Menschen im inneren Frieden lebten und sie hatten eine Technologie, die nicht die Umwelt vergiftete. Es gab keine Länder oder Staaten, weil es keinen Neid gab und keinen Wunsch, Dinge und natürliche Ressourcen zu teilen in Bezug auf meins, deins oder seins. Es gab keine Staaten, es gab nur die eine Weltkultur, die von den Überlebenden zu den primitiveren Einheimischen übertragen wurde. Zur Verdeutlichung, Wissenschaftler und Amerikanisten wie Leonard Adam, Carl Genzee, Paul Rivett, José Imbellione und viele andere studierten die asiatisch-amerikanischen Parallelen in der Kunst. Sie beobachteten deutliche Ähnlichkeiten in den Motiven, Ornamenten und im stilisierten Design kultureller Artefakte aus Ostasien auf der einen Seite und der Nordwestküste von Amerika und Mexiko auf der anderen Seite. Und diese Stile und Ornamente waren sich zu ähnlich, um sich einfach so zufällig voneinander getrennt entwickelt zu haben. Unabhängig von diesen Beobachtungen versuchten später deutsche und österreichische Ethnologen wie Grabner, Schmidt, Ankermann und Cooper, mithilfe der Theorie der kulturellen Wellen oder kulturellen Kreise oder Felder zu beweisen, dass die Kulturen aller Nationen auf der ganzen Welt aus sieben oder acht aufeinander folgenden riesigen Migrationswellen entstanden sind. Von einem gewissen mysteriösen Zentrum ausgehend, das sich irgendwo in Eurasien befinden soll. Und es war nur die falsche Skalliga-Chronologie, die diese Historiker behinderte, ihre Beobachtung über die Kulturgüter waren absolut korrekt. Sie passten jedoch nicht in die falsche offizielle Chronologie. Und so führte sie ihre abschließende Schlussfolgerung in eine Sackgasse. Die Ethnologen folgerten, leider sind fast alle Parallelen, die wir vorgestellt haben, von keinerlei Nutzen, da sich die zeitliche Lücke zwischen ihnen über viele Jahrhunderte erstreckt. Das Lotus-Muster von Amaravati Indien ist datiert auf das zweite Jahrhundert nach Christus. Ihr mexikanisches Dubel von Chichen Itza wird irgendwo in der Nähe des zwölften Jahrhundert nach Christus datiert. In Kambodscha taucht die Stufenpyramide zum ersten Mal im zehnten Jahrhundert nach Christus auf, während sie in Mesoamerika schon im frühen ersten Jahrhundert vor Christus gebaut wurde. In jenen alten Zeiten bekämpften die Parasiten die Menschheit offen und jeder wusste, wer wen bekämpft. Allerdings veränderten sie in jüngster Zeit ihre Taktik. Von nun an zeigen sie ihre Gesichter nicht offen und sie handeln nur noch durch eine relativ kleine Anzahl auserwählter Menschen, die nur so weit wie nötig eingeweiht sind. Es sind Mitglieder der obersten Ebenen von verschiedenen Geheimgesellschaften. Der Rest der Bevölkerung ergibt sich unwissend und ist sich seiner ursprünglichen wahren Natur total unbewusst und fristet so ein sinnloses Leben als das Ergebnis der betrügerischen Propaganda der Parasiten, die unsere Ansichten seit vielen Jahrhunderten umgestalten. Die meisten von uns verdienen nicht mal den Namen Mensch. Treffender wäre die englische Bezeichnung Schiepel oder blinde Schafe, da sie blindlings unseren sogenannten gewählten Führern folgen. Obwohl Umfragen aus der ganzen Welt darauf hinweisen, dass die Menschen auf diesem Planeten ihre Regierungen für Betrüger und Kriminelle halten, schauen dieselben Leute immer noch täglich fern. Fernsehen, das durch genau jene welche ehrlichen Regierungen zensiert wird. Und die gleichen Leute glauben den Schulbüchern, obwohl diese Schulbücher durch jene Regierungen als wahrhaftig eingestuft werden. Aber wir haben diesen armseligen Rechtsstaat nicht auf einmal eingeführt. Das war das Ergebnis jahrhunderterlanger psychologischer Kriegsführung durch die Parasiten. Die soziale Einrichtung eines Staates entwickelte sich zu jener Zeit, als die Parasiten es schafften, bestimmte Gruppen von Menschen zu überzeugen, gegen ihre eigenen Brüder vorzugehen. So entstand die Notwendigkeit dieser Gruppe, Teile der Erde als ihr eigenes Land einzufrieden, um sich abzugrenzen. Und so entstanden die Staaten und Länder. All das wird in den Veden beschrieben, als der Beginn des dunklen Zeitalters von Kali Yuga. Davor gab es nur Provinzen vom großen, wunderbaren Reich der Überlebenden. Doch selbst dieses sogenannte Imperium war kein Reich, wie wir es uns heute vorstellen. Es war kein Land, das seine Bürger wie Sklaven hielt, so wie die modernen Staaten. Die Menschen waren frei und sie besaßen das Land, auf dem sie geboren wurden. Im 16. und 17. Jahrhundert gelang es den Parasiten, eine Gruppe von Menschen auf dem Territorium von Westeuropa zusammenzuraffen und so begann die Durchführung ihres Plans zur Schaffung von Ländern und Staaten, die absolut unabhängig von den Überlebenden sein würden. Die Parasiten schafften es ihre eigenen Leute, welche Gangster und Kriminelle waren, zu Könige zu ernennen, die die öffentliche Meinung mit Lügen und falschen religiösen Parolen manipulierten. Nach dem damaligen Recht wurde mit dem Tod bestraft, wenn nicht das Recht auf den Thron besaß. Um ihre Macht zu legitimieren, brauchten diese neu ernannten Herrscher auch eine neue Geschichte. Dies wurde alles zentral von den Parasiten orchestriert. Und deshalb findet sich ein sehr ähnliches Szenario in fast jedem europäischen Land wieder. Und so wurde Scalliger beauftragt, eine neue Geschichte zu erfinden. Eine Geschichte, die bequem für die aufständischen neuen Könige war. Diese Geschichte war nah dran an den wirklichen Ereignissen, die passiert sind. Jedoch wurde das Reich der Überlebenden und ihre ruhmreiche Vergangenheit aus dieser Geschichte komplett gestrichen. Nicht nur die Geschichte des Imperiums wurde dabei bis zur Unkenntlichkeit verzerrt, Darüber hinaus wurde es in eine andere Zeit verschoben. Es wurde in die ferne Vergangenheit zurückdatiert, um so noch unwichtiger für die neue historische Realität auszusehen. Dies geschah irgendwann im 16. und 17. Jahrhundert. Die Gesellschaft der flämischen Jesuiten veröffentlichte 53 dicke Bände mit sogenannten alten Büchern. Die Originale sind bequemerweise in verschiedenen Bränden in den Bibliotheken verbrannt, nachdem Abschriften von den Jesuiten angefertigt wurden. Ein weiteres großes Zentrum der Vervielfältigung alter Werke war der Orden der Benediktinermönche. Und es ist auch eine wohlbekannte Tatsache der Mainstream-Geschichte, wenn diese Mönche diese Kopien anfertigten, waren sie sehr aktiv am Korrigieren, um sie an die Bibelereignisse des 17. Jahrhunderts anzupassen. Und tatsächlich ist dies eines der besseren Szenarien. In einigen Fällen gab es gar keinen alten Text. Manch einer dieser Kompositionen, die im 16. und 17. Jahrhundert geschrieben wurden, werden heute als antike Werke zitiert. Eine riesige Sammlung sogenannter antiker Bücher, deren Originale bequemerweise selektiv verbrannt sind, wurde von den Benediktinermönchen veröffentlicht. Diese Sammlung enthielt 221 Bände lateinischer Werke, angeblich den Römern gehörend, und 161 Bände angeblich von den altgriechisch geschriebenen Autoren. Glauben Sie nicht, dass alle Mönche dieser Zeit unschuldige, göttliche Kreaturen waren, die nicht empfänglich waren für Korruption. Etwa drei Viertel aller historischen Daten, von denen Sie heute in den Geschichtsbüchern lesen, basieren auf einem angeblich antiken Buch mit dem Namen Efsebii Pamphili. Dies ist das wichtigste Werk für das Timing aller historischen Ereignisse. Deshalb nahm sich dieser besonderen Aufgabe der Urvater unsere erfundenen Geschichte Josef Justus Scaliger höchstpersönlich selbst an. Die Mainstream-Geschichte versichert uns, dass Scaliger eine Kopie von diesem sehr antiken Manuskript gemacht hat, und dann ist das Original einfach so verschwunden. Unsere Geschichte, wie wir sie heute kennen, basiert hauptsächlich auf diesem einen Buch. Der Rest der sogenannten antiken Quellen sind Bücher, die von Mönchen kopiert wurden. Es waren nicht irgendwelche Mönche, nur ein paar wenige, eine auserwählte, kleine Gruppe an Mönchen, die ich zuvor schon erwähnt habe. Wenn Sie mehr wissen wollen über die wahre Geschichte der Reformationszeit, so können Sie in den Büchern von Anatoly Fomenko darüber nachlesen. Aber die gesamte Geschichte eines neuen Planeten zu ersetzen, ist nicht so einfach. Okay, sie erschufen eine neue Version, aber die originalen, echten Aufzeichnungen, die wirklichen alten Bücher und die Erinnerungen der Menschen bewahrten immer noch die wahre Geschichte, die zerstört werden musste. Deshalb wurde unter falschen religiösen Parolen Listen von verbotenen Büchern erstellt. Die meisten Bücher, eigentlich alle Bücher, nicht nur religiöse Bücher, standen auf diesen Listen. Sehr wenige der wirklich alten Bücher waren nicht aufgeführt. Grundsätzlich musste alles, was alt war, vollständig verbrannt und zerstört werden. Wenn ein Buch eines bestimmten Autors auf einer verbotenen Liste stand, bedeutete das automatisch, gesetzlich, dass alle anderen Bücher dieses Autors ebenfalls verboten waren. Alle seine Bücher mussten zum Verbrennen rausgegeben werden. Andernfalls wurden die Bürger gleich mit verbrannt. Und gemeinsam mit den Büchern landeten auch sehr oft die Autoren in den Flammen. Der Klerus ernannte zahlreiche und sehr strenge Kommissionen, die mit scharfem Auge darüber wachten, was gedruckt wurde und was nicht sein durfte und wer welche Bücher zu Hause besaß. Sie hatten tatsächlich die absolute Kontrolle darüber. Theatralisch pompöse Durchsuchungen wurden bei allen verdächtigen Orten durchgeführt, privat sowie öffentlich. Alle Grenzen standen unter strenger Kontrolle auf der Suche nach den verbotenen Büchern. Allerdings, die Kontrolle über die Seemannskarten zu erlangen, war aus offensichtlichen Gründen wesentlich schwieriger. Deshalb tauchen noch heute ab und zu unbequeme alte Karten auf. Bis heute gibt es keine wissenschaftliche Sammlung aller alten Karten. Man muss schwer arbeiten, um hier und da einzelne Fragmente zu finden und häufig sind sie in so schlechter Auflösung, dass man weder Details noch irgendwelche Retuschierungen erkennen kann. Und trotz alledem gab es Menschen, die weiterhin gegenüber der neuen Geschichte skeptisch waren und sie nicht akzeptieren wollten. Deshalb hatte die heilige Inquisition immer ein Feuerchen bereit, um diejenigen zu überzeugen, die nicht zustimmten. Außer am lebendigen Leib verbrannt zu werden, standen noch viele weitere Möglichkeiten zur Verfügung. So ist unsere sogenannte offizielle Geschichte keine Geschichte, die mit Hilfe von Wissenschaftlern und Historikern entstanden ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020